Der Kneipenbesitzer Oskar hat einen dringenden Termin im Ausland und bittet seinen Freund Paul, solange die Kneipe zu führen. Nachdem er ihm alles erklärt hat, meint er noch. Ach ja, am Donnerstag kommt ja wieder der Taubstummen-Stammtisch. Also, die bestellen so. Der kleine Finger bedeutet Schnaps, alle fünf Finger bedeuten Bier. Ganz einfach. Der Donnerstag kommt, alles klappt wie am Schnürchen. Gegen ein Uhr morgens reißen die Taubstummen auf einmal den Mund auf und machen komische Bewegungen mit dem Kopf. Paul ruft Oskar in seinem Hotel an und fragt, was das denn bedeuten soll. Meint Oskar. Na ja, so gegen ein Uhr morgens nach mindestens drei großen Bier ist die Stimmung bei denen auf dem Höhepunkt. Dann fangen die immer an zu singen.